Prüfen, rufen, drücken. Ein Leben retten, 100 pro Reanimation. Die Woche der Wiederbelebung vom 17. bis zum 23. September 2018. Das mit der Herzdruckmassage ist ja noch okay, aber muss ich auch Mund-zu-Mund-Beatmung machen? Ich muss es nicht, aber wenn ich es gelernt habe, dann darf ich und kann ich und soll ich das Ganze auch machen. Wir sagen immer, Herzdruckmassage ist letztendlich die Pflicht, die Beatmung ist dann die Kür und wir haben damit die Möglichkeit für den Patienten, das Bestmögliche herauszuholen. Die Woche der Wiederbelebung in ganz Deutschland vom 17. bis zum 23. September 2018.